WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Rüberwerfen, ist mir egal. Ich bin da ein neidloser Reliquary. Zappen von Landopfern, Land raussuchen und das ist eins für sein für jedes Handel. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ja, finde ich auch. Diesel, komm. 38? Ja. Sind alle Rolle gegangen. Haben die auch 3 emrealist? reduced. Diese loyalty Марbis gibt es gar keine Menge, weil sie es gerade зал. 2 holSmut. Wir haben aber zwei Einhandwaffen, die anderen auch zwei. Aber jede Nacht kommt Runde. Ja, jede Nacht kommt Runde, ja. Ja, mach mal hier raus. Achso, hast du mich ja noch zu teilen. Schnell vom Feuer. Ja, wir sind stark. War bloß... Weinst du dann? 4-4-Live-Link auf ein rotes Flinge-Effekt. Rotes Flinge-Effekt. Zwei Leben. Wo ist der Team-Menschen, ne? Du bist und ich weiß, das war nur... Den hab ich gemacht. ...nachgemacht. Drei... Nachgemacht. Den hab ich gemacht. Drei... ...drei... Die haben das so cool liegen. Schutz vor Rot, Schutz vor Blau und wenn ich hier Schaden mache, kann ich zwei Schaden schießen. Ich muss ja meine Strom wollen. Ich bin wirklich Schamanisch gleich, ich bin Schamanisch. Der kommt aus dem Punkt, der reicht ja nicht. Dessen Sinn, ich bin noch nicht ganz bewusst. Also wenn man den Schamanen macht, überspringt man, man sollte nicht die Markierung bekommen. Und dann kriege ich vier Schaden, zwei auf ihn. Die beiden weg haben, dann sind es so ungefähr 27. Obwohl Strom wollen, hat mich schon gefreut. Ja, ich glaube. Vier Leben, vier Schaden. Wenn ich die Schamanen wegschreibe, dann habe ich 59. Ja, das ist dann 50. Ja, das ist dann 50. Ja! So, mein Kumpel. Äh, one breath five. Du bist doof. Tänni. Kennst du? Was machen wir denn jetzt? Ja, mach es, ne? Ja, mach es, ne? Das ist egal. Lass mal rein. Lass mal rein. Ich wollte einfach nur das schon rein. Juro ist von der andere Seite. Der muss ich ja noch nicht hier. Ja, ich bin schon wieder. Unter die Bibliothek, ne? Ich frage mal, welche reinfolgen. Macht jetzt nicht so viel. Wahrscheinlich eigentlich egal. Ja. 120, ja. Die sind voll stark, diese Auge. Gernieren? Gernieren? Gernieren. Weißer Zauber? Ja, ist voll, ne? Hat er wie? Hat er wie? Hat er wie? Hat er wie? Ja. Ja. Also erstmal kommt er rein. Seine Karte. Geht. Weil du anfängst, musst du ranlaufen. Dann kann ich schießen. Oh, so cool. Schieß. Und hier als Alternative kostet eine blaue Karte exilieren. Ja. Ja. Dann war's das auch schon, ja. Schön, dass wir auch noch einen Spock haben. Los, Bumpower. Ja. Ja, dann war's das auch schon, ja. Schön, dass wir auch noch einen Spock haben. Los, Bumpower. Ja. Ich weiß nicht. Er muss eh haben. Vielleicht nicht 24. Ein Jahr. Nennen wir mal beide. Ähm, Dustin? Ja, bitte. Weißt du das vielleicht? Ich hab ne Force im Friedhof nehmen. Kann ich hier Alternativen Kosten zahlen? Ja. Ähm. Spiele ich. Einmal. Voice of. Schön. Du musst möglichst viele Spontanfahrer spielen, Jan. Jetzt. Jetzt. Äh. Vor allem. Du musst noch Regenbogen machen. Ich geh auch mal nach. Okay, das kann. Okay, das kann man. Puh. Puh. So eins, zwei, 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 eins. Egal, dass man hier zum Spaß spielt, ist der Buchmann mit seinem endlichen Bierpass. Und dann steht dann die Regel ist er sogar mit dem Einheit von Buchmann. Zieler bleibt Goldmix. So ein Tisch, dessen sie uns gegen Pallen und entsetzt ist. Denkst du jetzt noch? Geil. Gut tun. Sp руки aus dem Dich. perfect. Guck. Was war den? Ehm, bekannt, ne? Per Giselle. Fertig. Ich sitze seit der Schlafhand rum und dachte mir, ja komm, ich mag die Alte. Wird ja auch ein großes Schwer. Zwei, zwei sogar. Ja, zwei. Bin ich jetzt mal auf die Regelfrage gespannt. Ich habe es bewusst so umgebaut. Ich mache mir einen Token von hier. Beide legendär, beide gehen drin. Beide bleiben liegen. Ja, das kommt jetzt eben aus der Variante an, die wir spielen. Weil beim Double Commander es gilt. Okay. Der gilt die Regelfrage, auch so wie sie früher waren. Sonst macht die Karte jetzt gar keinen Sinn. Das ist euer Spiel. Hier ist er völlig egal. Es sind zwei verschiedene. Also es gibt die Fetch, die Rules und die Normal. Das haben wir jetzt eigentlich nicht wirklich geklärt. Was ich vorher auch sagen kann. Ja. 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 Heide Stark, Heide Musch, 5x2x10, 10 Schaden plus 2x4, weil er 2x Schaden macht, 2x, 4 Schaden zählt, 2x10 und 10 Schaden, 1x16, aber wenn man auch unbedingt einen Flankenhaus raus oder so, weiß es ja, dann noch eine Runde. Ich würde nicht überhaupt die meisten Jahre bei den Händen im Rhein. Zahle ich mal 2 Leben, 2x10 Pro, mit der Hand ab. Schon geile Modelle, aber alles in der Hand, oder? Ja! Und, äh, ich glaube, eine Karte. Ja, aber Mister ist vor, meine Fassel. Das ist eine Schadenbewegung. Ja, hier ist ein Schadenbewegung. Ich bin nochmal da mit dem Ring. Ja, ja, wirkst wahrscheinlich. Denn es ist tatsächlich nicht so großartig. Wird es wahrscheinlich nicht so großartig? Nein, das ist dann so großartig. Nein, das ist einfach großartig. Und, äh, das ist jetzt so großartig. Zwei Limpf, das heißt es kommt. Kommt. Macht der selben Platz. Kommt. Jetzt haben wir es noch ziehen. Ah, ok. Cool, ne? Das ist zwangsweise so. Das ist nicht geil. Wir haben auch bei den Helden. Zehn Schaden. Wir blocken nicht. Direkt zum Autos an den Blocker deklarieren. Indestructible. Schau mal, wie kommt es bei Indestructur? Die Redinger werden nicht so feuer. Und dann... Zehn Schaden. Zehn Schaden. Falsche Antwort. Watt fände ich nicht da drauf? Schieße. Dein Spiel. Watt darfst du Schaden erst schießen, wenn der Kampfschaden verteilt ist und dann darfst du das Spiel enthalten. Dann darfst du das Spiel enthalten. Dann darfst du darauf spielen, bis der Kampfschaden verteilt wird. Dann schieße Schaden und darauf darfst du nochmal reagieren. Ja, gut. Und zwei Karten. Das ist aber nicht so wirklich. So. Diese... Wenn wir den Kuchen schon ganz gut anmachen, hab ich jetzt die meisten nicht mehr. Und wenn die jetzt höher sind. So, hier. Vorsichtig bewegt. So bei nebenbei ja los sein, ne? So bei nebenbei ja los sein, ne? Ich kann nicht anders machen. Ich spüle mal einen Krieg und Kriegel. Das Problem ist bei den Haftränen, dass du die Welthände im Regiment laufen lassen musst. Weil die keine Probleme haben. Oder für irgendwas sind die Haftränen. Weil mit den Flügeln gibt's immer auch eine Base. Das kann vergessen. Der soll schräg stehen. Weil hier ist schon so Kräber. So soll der so schräg stehen. Der war vorher. Wenn der... Wenn der... wenn das so... Wenn der dann nach vorne... Wenn der nach vorne schaut. Wenn ich den so hingekriegt hab, oder was? Ja, ich fände den so wie er war. Ja, so. Ja, okay, dann auch. Nein? Ja, das ist so spärender Feierabend. Was? 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 Ach komm, ich darf mal an. Ja. Das ist der Sturm. Kannst du durch? Das ist die drei. Das macht genauso aus wie die letzten. Ja, ist er. Ja, ist er. Ja. 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 Ich habe vermutlich einen Vitam. Wir sind so über das. Wir sind so über die Äpfung. Da sie heute dort haben. Nee. Nein. 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 Nein.